Beraten, informieren, anleiten. Das macht ab sofort die tägliche Arbeit von Dr. Cindy Scharrer aus. Die gelernte Fachkrankenschwester und promovierte Heilpädagogin leitet nämlich das erste Patienten-Informationszentrum in der Universitätsklinik in Köln. Wir werden dem Patienten helfen, gute Informationen im Netz zu finden. Es gibt sehr viele gute Informationen, es gibt aber auch viele kommerziell veranlasste Informationen und viele von minderer Qualität. Da helfen wir, eine gute Auswahl zu treffen. Dann haben wir Informationsbroschüren für verschiedenste Interessensgruppen. Wir stellen den Kontakt zu Selbsthilfegruppen her. Wir beraten den Patienten und seine Angehörigen zu jedem Bereich, seine Krankheit oder seine Gesundheit betreffend. Am Dienstagabend wurde das Zentrum eingeweiht. Der ärztliche Direktor der Uniklinik Köln, Prof. Dr. Edgar Schömich, verwies in seiner Begrüßungsrede auf steigende Patientenzahlen in den Krankenhäusern. Dies führte dazu, dass Ärzte weniger Zeit hätten, die Fragen ihrer Patienten im Sprechzimmer zu beantworten. Deshalb seien andere Informationsangebote wie das PITS notwendig. Vera Lux, die Pflegedirektorin der Klinik, machte indes deutlich, inwiefern gut informierte Patienten bei der Behandlung eine Rolle spielen. Die sind ganz wichtig, weil diese Patienten einfach andere Fragen stellen. Das heißt, sie wissen, worauf zu achten ist. Sie können bei den Ärzten auch nochmal kritisch hinterfragen, warum diese Maßnahme gemacht werden muss. Warum muss ich diese Medikamente einnehmen? Welchen Nutzen habe ich davon? Was ist, wenn ich die weglasse? Das heißt, sie stellen einfach andere Fragen und können auch bei der Behandlung, bei der Therapie besser mithelfen, um wieder gesund zu werden. Vor allem in alltäglichen Versorgungsfragen helfe die neue Einrichtung der Uniklinik den Patienten. So soll auch der Übergang von der stationären Behandlung in die Pflege zu Hause verbessert werden. Viele Patienten sind nicht ganz geheilt oder gesund, wenn sie nach Hause gehen. Das heißt, es ist immer noch Versorgungsbedarf, entweder bei der Medikation, bei Schmerzen, bei der Wundversorgung, bei der Mobilität. Und das heißt, wir können genau zu diesen Fragen, die sie haben, die komme ich alleine zu Hause klar. Was muss ich tun? Worauf muss ich achten? Wann muss ich eventuell auch nochmal wiederkommen zum Arzt gehen? Auf diese Fragen können wir eingehen und können eben da Hilfestellung leisten und beraten und anleiten. In einer Diskussionsrunde wurde unter anderem über die Zukunftsfähigkeit des PITS-Modells auch über die Uniklinik hinaus gesprochen. Demnach sollte es das Ziel sein, mehrere Anlaufstellen in Köln aufzubauen. Bis dahin blickt die Leiterin des ersten PITS mit Vorfreude auf ihre neue Aufgabe. Worauf ich mich am meisten freue, ist mal wieder richtig die Patientenperspektive einzunehmen. Das heißt, mit den Augen des Patienten zu schauen, da ist ein Mensch mit seiner Krankheit, der jetzt zu Hause in seiner Lebenswelt zurechtkommen muss und wirklich ganz spezifische Fragen hat, damit er seinen Lebensalltag bestehen kann. Das Patienteninformationszentrum hat täglich von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Es werden Schulungen, Vorträge und Möglichkeiten zur Selbstrecherche angeboten. Außerdem können persönliche Beratungstermine vereinbart werden.